Hallo und willkommen zurück beim Linguas Didici Podcast. Heute kommt Episode 3 mit dem Thema Die Bayern. In den letzten beiden Episoden konntet ihr ein Gefühl dafür bekommen, wie ich spreche, welchen Sprechrhythmus dieser Podcast hat und ob ihr mir folgen könnt. Natürlich waren manche Sätze etwas schwieriger, etwas schwerer zu verstehen. Ich benutze immer einige neue Worte, weil ich will, dass ihr euer Vokabular, euren Wortschatz verbessert und erweitert. Wenn ihr einige Worte nicht sofort versteht, könnt ihr auf Replay klicken und euch die Episode nochmal anhören. Ihr werdet jedes Mal etwas Neues hören, das ihr vorher nicht gehört habt. Um neue Worte nicht zu vergessen, muss man diese wiederholen, diese öfters hören und verwenden. Nun gut, lasst uns jetzt über die Bayern sprechen. Unsere süddeutschen Freunde sind heute unser Thema. Die Bayern sind in ganz Deutschland bekannt. Jeder weiß, wer die Bayern sind und wo der Freistaat Bayern liegt. Bayern liegt im Südosten von Deutschland und in Bayern werden nicht nur bayerische Dialekte gesprochen. Fränkische, präziser ostfränkische und schwäbische Dialekte werden auch gesprochen. Diese drei Dialektgruppen, bayerisch, fränkisch und schwäbisch unterscheiden sich sehr voneinander und ihre Sprecher haben unterschiedliche Kulturen. Heute interessieren uns nur die Menschen, die bayerisch sprechen. Zum Beispiel Menschen aus der bayerischen Hauptstadt München. Es gibt viele Vorurteile und viele Klischees über die Bayern. Manche Klischees mögen richtig sein, viele sind aber nicht wahr. Lasst uns mit dem ersten Klischee beginnen. Klischee Nummer 1. Die Bayern wollen immer eine Extrawurst bekommen. Was meint das? Eine Extrawurst bekommen, das ist ein bekanntes und beliebtes Sprichwort in Deutschland. Eine Extrawurst bekommen meint, dass jemand eine Extra oder eine Sonderbehandlung will und diese Sonderbehandlung auch bekommt. Viele Menschen in Deutschland denken, dass die Bayern oft eine Extrawurst bekommen. Warum? Woher kommt diese Meinung? Die Bayern waren schon immer sehr stolz auf ihr Bayern. Darum haben die Bayern auch oft Angst und die Befürchtung, dass der Staat Bayern innerhalb Deutschlands seine Souveränität verlieren könnte. Der Lokalpatriotismus, der Patriotismus gegenüber Bayern ist stark. Im bayerischen Slang und im bayerischen Dialekt sagen die Bayern gerne mir san mir, wir sind wir. Die CSU, die einflussreichste politische Partei in Bayern, argumentiert stets für eine stärkere Position Bayerns innerhalb Deutschlands. Die Bayern suchen daher eine Extrabehandlung und wollen eine Extrawurst bekommen. Ein weiteres Klischee ist, dass die Bayern immer die typischen Lederhosen tragen, jeden Tag Brezeln essen und die ganze Zeit Bier trinken. Der Bayer lebt also sozusagen die ganze Zeit wie auf dem Oktoberfest. Er ist ein bisschen dick, er hat einen Bierbauch und hat immer ein Bier dabei. Ist das wirklich so? Sind die Bayern wirklich Alkoholiker, die viele Brezeln essen und nicht ohne die Lederhose aus dem Haus gehen? Ein Marktforschungsunternehmen, eine Firma, die Märkte erforscht, hat herausgefunden, dass nicht in Bayern, sondern in Ostdeutschland am meisten Bier getrunken wird. In den Regionen Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden mehr als 110 Liter Bier pro Person pro Jahr getrunken. Ja, 110 Liter. In Deutschland ist eine Bierflasche meist ein halber Liter. Das heißt, dass hier über 220 Flaschen Bier pro Jahr getrunken werden. Unglaublich! Bayern ist nicht einmal in den Top 5, obwohl in Bayern circa 50 Prozent aller deutschen Brauereien zu finden sind. Und ja, das bayerische Frühstück sind ein paar Weißwürste, eine Brezel und ein Bier. Das bayerische Frühstück mit einem Bier passiert aber nicht regelmäßig oder sogar jeden Tag. Wie sieht es mit den Brezeln aus? Brezeln werden tatsächlich vor allem in Süddeutschland und Österreich gegessen. Brezeln werden aber nicht nur von Bayern gegessen. Wir Franken, aber auch die Schwaben lieben Brezeln. Wir essen Brezeln oft zum Frühstück. Es stimmt also, die Bayern essen gerne Brezeln. Das ist aber nichts, das nur die Bayern tun. Und mal ganz ehrlich, wer kann schon Nein zu einer Brezel sagen? Bayern tragen aber sicherlich jeden Tag Lederhosen. Dieser Stereotyp muss stimmen. Leider nein. Auch Bayern gehen zur Schule oder zur Arbeit. Und dort gibt es einen Dresscode. Und dieser Dresscode ist nicht Lederhosen tragen. Die Lederhose tritt an Feiertagen und Festtagen in Aktion. Ein Beispiel hierfür ist das Oktoberfest. Am Ende des Tages geht die Lederhose dann aber wieder zurück in den Kleiderschrank. Im Kleiderschrank bleibt die Lederhose dann auch bis der nächste richtige Moment kommt. Kommen wir zum nächsten Klischee. Klischee Nummer 3. Die Bayern sind sehr konservativ. Dieses Klischee habe ich schon so oft gehört. Viele Menschen denken, dass die Bayern etwas konservativer sind, eine konservativere Mentalität haben und weniger offen sind für moderne Dinge. Der Grund ist, dass die Bayern ihre eigene Tradition sehr respektieren und ihren traditionellen Lebensstil nicht ändern möchten. Aber ist das wirklich wahr? Halten die Bayern an ihren mittelalterlichen Denkweisen fest? Haben die Bayern ein altmodisches Mindset? In Bayern gewinnt traditionell die CSU. CSU steht für die Partei Christlich-Soziale Union in Bayern. Und diese Partei kann auch nur in Bayern gefunden werden. Die CSU ist das Äquivalent die Schwesterpartei der deutschlandweiten CDU. Angela Merkel ist zum Beispiel ein Mitglied der CDU. Nun gut, die CSU repräsentiert ziemlich konservative Werte und Prinzipien. Darum denken viele Menschen, Bayern, das sind konservative Menschen. Ist das richtig? In Bayern dürfen Mann und Mann und Frau und Frau seit einigen Jahren heiraten. Immigranten finden vor allem in Bayern ein neues Zuhause. Diese Menschen flüchteten aus ihren eigenen Ländern, ihrer Heimat, um ein besseres Leben zu finden. Oft endet die lange Reise dann in Bayern. In Bayern finden sich sehr viele moderne Unternehmen und Firmen. Die neuesten Technologiestandards werden in Bayern umgesetzt und genutzt. Ich weiß daher nicht hundertprozentig, ob dieses Klischee über die Bayern richtig ist oder nicht. Aus politischer Perspektive würde ich ja sagen. Aus gesellschaftlicher Perspektive wäre ich mir nicht sicher. Klischee Nummer vier sagt, die Bayern können nicht korrekt Hochdeutsch sprechen. Der Bayer erspricht seinen süßen bayerischen Dialekt. Auch wenn der Bayer versucht, Hochdeutsch zu sprechen, auch wenn er aktiv probiert Hochdeutsch zu sprechen. Der Bayer schafft es nicht. Der Norddeutsche hört, wo der Bayer herkommt. Er rollt das R und spricht manche Worte komisch aus. Der Bayer kann kein Hochdeutsch. Stimmt dieses Klischee? In einer Studie des Radiosenders Antenne Bayern sagten circa zwei Drittel der Teilnehmer aus Ober- und Niederbayern, dass ein bayerisches Kind kein Hochdeutsch können muss. Das bedeutet auch, dass nur ein Drittel der befragten Menschen findet, dass ein junger Bayer Hochdeutsch können muss. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass in Bayern tatsächlich einige Menschen nur schwer Hochdeutsch sprechen. Zumindest müssen sie sich sehr konzentrieren, wenn sie Hochdeutsch sprechen wollen. Man sollte aber nicht vergessen, dass das nur meine eigene Erfahrung ist und diese Erfahrung muss nicht hundertprozentig korrekt sein. Meine Erfahrung würde aber Sinn machen. Warum? Weil der Dialekt in Bayern mehr verwandt ist und mehr zu tun hat mit den deutschen Varianten in Österreich und Norditalien als mit norddeutschen Dialekten. Man spricht von der bayerischen Sprachfamilie, die Familie der bayerischen Sprachen. Der Unterschied zwischen bayerisch und Standarddeutsch ist größer als der Unterschied zwischen zum Beispiel Schwedisch und Norwegisch. Zweier offizieller Sprachen. Diesen Fakt, diese Tatsache wissen viele Norddeutsche nicht. Interessant, oder? Ihr seht, Klischees sind oft und in vielen Fällen nicht komplett richtig. Klischees enthalten oft eine kleine Wahrheit. Sie haben oft einen wahren Teil, einen wahren Kern. Aber man sollte nicht immer alles glauben. Nun gut, auch unabhängig von den Klischees, eins ist sicher. Die Bayern waren schon immer etwas Besonderes in Deutschland und viele Deutsche haben eine Meinung über unsere süddeutschen Freunde. Nur wenige Deutsche sind wirklich indifferent gegenüber den Bayern. Bayern ist aber nicht nur das Land der Bayern. Die bayerische Region ist viel mehr. Bayern ist das Zuhause von wunderschönen Seen, den spektakulären Alpen, endlosen Wäldern, dem Nationalpark Bayerischer Wald und tausenden von Pflanzen und Tieren. Ich kann es nur allen empfehlen. Es lohnt sich. Es ist es wert, Bayern besuchen zu kommen. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Nun gut, das war die dritte Episode des Linguas Didici Deutsch Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet viel verstehen und mir gut folgen. Wenn oder falls ihr noch nicht alles verstehen konntet, dann klickt einfach noch einmal auf Play. Wenn ihr Sprachen spannend findet und euch für die Welt der Sprachen interessiert, dann seht euch meinen Language Blog an. Ihr findet auf dieser Website Artikel mit Tipps, wie ihr Sprachen schneller und effektiv lernen könnt. Dort findet ihr auch kurze und interessante Artikel über alles, was mit Sprachen zu tun hat. Zum Beispiel schreibe ich über Sprachfamilien oder über die deutsche Sprache. Den Link zu meinen Language Blog seht ihr unter dem Video in der Beschreibung. In der nächsten Episode werden wir darüber sprechen, wie die deutsche Gesellschaft aussieht, wie die deutsche Gesellschaft aufgebaut ist und warum die deutsche Gesellschaft so besonders ist. Ihr werdet hören, woher die in Deutschland lebenden Ausländer kommen, wann sie nach Deutschland kamen und warum sie nach Deutschland gegangen sind. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wieder treffen. Ich empfehle euch wie immer bis dahin, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen. 10 bis 15 Minuten pro Tag werden euch helfen, die deutsche Sprache zu meistern. Ihr könnt das schaffen. Na gut, das war es für dieses Mal. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal!